Könnte das passieren? Hollywoods Hügel in Flammen? Oder ein 12 Meter hoher Feuertornado, der durch Downtown L.A. wütet? Oder eine 100 Kilometer breite Staubwalze, die Las Vegas in Dunkelheit hüllt? Wie ist es mit einem Krieg, der um Wasser geführt wird? Oder eine Heuschreckenplage, die über Paris hereinbricht? All diese Horrorszenarien haben einen gemeinsamen Nenner. Wasser. Oder vielmehr der Mangel an Wasser. Auf der Erde wird das Süßwasser knapp. Die globale Erwärmung und steigende Bevölkerungszahlen fordern ihren Tribut. Was passiert, wenn uns das Süßwasser eines Tages ausgeht? Könnte es 2025 schon so weit sein? Süßwasser ist ein wertvolles Gut und zerfließt uns in den Händen. Als Folge des Klimawandels verändert sich das Wetter. Besonders in trockenen Gegenden regnet es immer weniger. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung. Wissenschaftler schätzen, dass der Bedarf an Trinkwasser bis 2030 um 40 Prozent steigen wird. Aber bis dahin gibt es nicht mehr, sondern weniger Wasser. Dabei bedeckt Wasser zwei Drittel unseres Planeten. Aber nur 2,5 Prozent davon sind Süßwasser. Und dieses ist zur Hälfte in Gletschern und Polkappen gebunden. Unerreichbar für unseren Gebrauch. Der Rest fließt durch unsere Flüsse. Flüsse sind die Arterien der Erde und die Grundlage der menschlichen Zivilisation. Jahrtausende führten sie genug Wasser, um den Durst der Erdbevölkerung zu stillen. Doch die Zeiten ändern sich. Eine globale Süßwasserknappheit könnte verheerende Folgen haben. Die 45 Millionen Einwohner des Südwestens der USA haben einen Vorgeschmack darauf bekommen. Ihre Region leidet seit 2003 unter einer anhaltenden Dürreperiode. Es ist mehr als nur eine Trockenperiode. Es ist eine Warnung. Ein Weckruf. Eine Metropole sollte diesen Weckruf besonders dringend hören. Las Vegas in der Wüste Nevadas. Hier leben zwei Millionen Menschen. Dazu kommen 40 Millionen Touristen im Jahr. Um alle mit Wasser zu versorgen, werden täglich etwa 11 Millionen Hektoliter Wasser aus dem nahegelegenen Lake Mead in die städtischen Leitungen gepumpt. Der Stausee entstand, als der Hoover-Damm quer über den Colorado River gebaut wurde. Doch weil in den Rocky Mountains weniger Schnee fällt, trocknet der Fluss langsam aus. Als Folge davon hat Lake Mead schon ein Drittel seines Volumens eingebüßt. Weiße Magnesium-Ablagerungen zeigen, wie hoch das Wasser hier früher stand. Wenn das so weitergeht, ist die Hoover-Talsperre schon ab 2017 kein Garant mehr für die Trinkwasserversorgung von Städten wie Las Vegas, Tucson und San Diego. Oder für die Stromversorgung von Los Angeles. Wenn nichts unternommen wird, könnte der Lake Mead schon ab 2021 ein leerer Krater sein. Wir US-Amerikaner gehen mit Wasser sehr verschwenderisch um. Das muss sich ändern. Patricia Mulroy ist Süd-Nevadas Wasserzarin. Unsere Gegend unterliegt dem strengsten Wassersparprogramm in den Vereinigten Staaten. Wir haben 120 Millionen Dollar ausgegeben, um Rasenflächen zu entfernen, die ansonsten bewässert werden müssten. In Gärten, öffentlichen Anlagen und sogar auf Golfplätzen wächst fast kein Gras mehr. Das Ironische daran ist, dass wir vor 20 Jahren aus Wüstenlandschaften Wiesen gemacht haben. Jetzt machen wir es genau andersherum. Die Dürre bringt eine weitere Katastrophe. Die Dürre mit sich. Gewaltige Staubstürme. US-Amerikaner kennen und fürchten sie. In den 30er Jahren ruinierten eine jahrelange Dürreperiode und Unwissen in der Landwirtschaft 400.000 Quadratkilometer Ackerland. Die Folge verheerende Staubstürme. Amerikas Great Plains wurden damals umgetauft in Dust Bowl, zu Deutsch die Staubschüssel. Auch große Gebiete im Nahen Osten, in China, Australien und Afrika leiden unter solchen gigantischen Stürmen. Ohne Vorwarnung stürzen sie Land und Leute ins Verderben. Professor Greg Okin hat die Schäden eingehend untersucht. Die Auswirkungen von Staub- und Sandstürmen wurden im Südwesten der USA lange ignoriert. Ich glaube, dass sie immer verheerender werden. Nicht nur für die Land- und Viehwirtschaft, sondern auch für die Infrastruktur und den Verkehr. Staubstürme verursachen viele schlimme Verkehrsunfälle. Die Techniken der Landwirtschaft haben sich verbessert. Aber durch das Bevölkerungswachstum bewohnen und beackern wir auch Flächen, die früher unberührt waren. An dieser Stelle sehen wir die für diese Gegend typische Erdoberfläche. Sie ist von einer Lehmkruste bedeckt und dadurch sehr widerstandsfähig gegenüber Staubstürmen. Hier drüben wurde dagegen die lehmige Oberfläche abgetragen. Darum ist der Boden viel staubiger und damit ein echtes Problem für die Gegend. Auf dieser Seite wird jahrelang kein Staub aufwirbeln, während hier schon ein leichter Wind ausreicht, um einen ziemlich großen Staubsturm auszulösen. Wissenschaftler befürchten, dass die Weichen für eine neue Dust Bowl längst gestellt sind. Las Vegas könnte bald an gewaltigen Sandstürmen ersticken. Wir schreiben das Jahr 2025. Der Südwesten der USA leidet unter einer nicht enden wollenden Dürreperiode. Der schlimmsten seit tausend Jahren. Der Wasserstand in Flüssen und Seen ist bedenklich geschrumpft. Einige sind bereits ausgetrocknet. Um zwei Uhr mittags zeigt das Thermometer unglaubliche 52 Grad. Gewitterfronten ziehen vom Nordpazifik über Nevada auf. Rasant aufsteigende Strömungen saugen tonnenweise Staub in die Luft. Innerhalb von zwei Stunden steuert eine vernichtende Mauer aus Staub, ein sogenannter Habub, auf Las Vegas zu. Habubs sind im Grunde riesige rollende Wände aus schwarzer Luft. Wer den Film Die Mumie gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Gegen fünf Uhr nachmittags erreicht der Sturm Las Vegas. Die Staubwand ist knapp einen Kilometer hoch und 100 Kilometer breit. Die Menschen in der Stadt suchen panisch Schutz. Der Flughafen stellt den Betrieb ein. Der Staub nimmt Piloten die Sicht und verstopft die Triebwerke. Im gesamten Südwesten der USA kommt der Flugverkehr zum Erliegen. Radio und Fernsehsender geben Warnungen heraus. Autofahrer sollen so schnell wie möglich anhalten. Bei starken Gewittern entstehen Fallwinde, die über 110 Kilometer pro Stunde schnell sind. Da gibt es wirklich keinen Kommen. Der Wind schleift die Farbe von den Schildern und blockiert die Sicht. Zwei Stunden lang hat der Sandsturm Las Vegas im Würgegriff. Als sich die Staubwolken endlich verziehen, liegt Amerikas Vergnügungsstadt unter einer meterdicken Sanddecke. Las Vegas überlebt den Sturm, aber die Aufräumarbeiten werden lange dauern. Ich glaube, die kommenden Generationen werden enttäuscht darüber sein, wie wir ihnen den Planeten übergeben. Und darüber, dass kaum noch was zu retten sein wird. Wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten, verwandeln sich bis zum Jahr 2100 große Teile von Südostasien, Südostamerika, Südeuropa, Afrika, Westaustralien und den südwestlichen USA in richtig gehende Wüsten. Die Gebiete verlieren Agrarflächen und Millionen von Menschen ihr Zuhause. Womöglich müssen sich die Bewohner Europas bis dahin gegen eine weitere, ebenso verheerende Katastrophe wappnen. Mit den steigenden Temperaturen entstehen perfekte Bedingungen für Milliarden von Schädlingen. Plagen biblischen Ausmaßes brechen über Europa herein. Wasserknappheit verursacht Dürreperioden, Staubstürme und Flächenbrände, die unseren Planeten heimsuchen. Der Klimawandel schafft dagegen gute Bedingungen für Wüstenheuschrecken. Sie gedeihen prächtig bei Hitze und Trockenheit. Jedes Tier frisst an einem Tag so viel, wie es wiegt. Die Hinterlassenschaften der destruktiven Insekten sind kahl gefressene Landschaften und häufig auch Hungersnöte. In der Universitätsstadt Cambridge widmet man sich der Erforschung der Wüstenheuschrecke. Heuschrecken leben normalerweise als Einzelgänger. Sie hassen den Kontakt zu ihren Artgenossen. Aber wenn die Nahrung knapp wird, schließen sie sich als Schwarm zusammen. Dann ist der Hunger stärker als die Abneigung. Wenn es in Zukunft durch Dürreperioden weniger Nahrung gibt, könnten sich die hungrigen Heuschrecken gezwungen sehen, öfter einen Schwarm zu bilden. Wenn Heuschrecken dicht gedrängt sind, reiben ihre Hinterbeine aneinander. Dadurch wird in ihrem Gehirn das Hormon Serotonin freigesetzt. Der Botenstoff macht die scheuen Einzelgänger zu aggressiven Schwarmtieren. Eine erstaunliche Verwandlung. Sie ändern sich vollkommen und gewöhnen sich an das Leben im Schwarm. Sie können nun viel weitere Strecken zurücklegen als ihre alleinlebenden Artgenossen. Ihre Farbe verändert sich auch. Das Grün verwandelt sich in knalliges Gelb und Orange. Um rechtzeitig auf die drohende Plage reagieren zu können, haben die Vereinten Nationen in Rom ein Frühwarnsystem für drohende Plagen eingerichtet. Die Wüstenheuschrecke ist wohl das gefährlichste Schadinsekt der Welt. Die großen Mengen an Nahrung, die ein Heuschreckenschwarm verschlingt, können eine Familie, ein Dorf, ein Land oder sogar einen ganzen Kontinent in den Ruin stürzen. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die bedrohlichen Heuschreckenschwärme aus Afrika nach Europa vordringen. Im Zuge des Klimawandels wird es bis 2025 in Südeuropa möglicherweise sehr viel heißer und trockener werden. Das käme den Wüstenheuschrecken sehr gelegen, denn sie könnten einen neuen Lebensraum ansteuern. Die Vereinten Nationen versuchen, beginnende Plagen im Keim zu ersticken. Haben Experten-Teams einen neuen Heuschreckenschwarm aufgespürt, wird das Gebiet umgehend mit Pestiziden besprüht. Andernfalls würde sich der Schwarm so schnell ausbreiten wie ein Waldbrand, der außer Kontrolle geraten ist. Heuschreckenplagen treten etwa alle 10 bis 20 Jahre auf. Die nächste steht uns wahrscheinlich im Jahr 2025 bevor. Nordafrika im Jahr 2025. Es ist heiß wie in einem Backofen. Als ein kurzer Regenschauer niedergeht, nutzen Heuschreckenweibchen die Gunst der Stunde und legen ihre Eier in der aufgeweichten Erde ab. Innerhalb eines Monats bevölkern Millionen Insekten das Gebiet. Als das Futter knapp wird, beginnen die hungrigen Tiere, sich zu verändern. Wenige Wochen später erhebt sich ein Schwarm aus zwei Milliarden Heuschrecken in die Luft und fällt als Plage über Afrika her. Wenn sich so ein Schwarm morgens auf ein Getreidefeld stürzt, ist mittags schon nichts mehr davon übrig. Innerhalb von nur zwei Wochen sind sämtliche Felder in Marokko und Algerien zerstört. Die Wüstenheuschrecke hat einen hervorragenden Überlebensmechanismus entwickelt. Die Migration. Der Wind spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit Rückenwind aus Süden fliegt die riesige Insektenwolke, die ungefähr dreimal so groß ist wie Manhattan, über das Mittelmeer. Innerhalb von vier Stunden erreicht sie die italienische Küste. 500 Kilometer weiter nördlich liegt Rom. Die italienische Hauptstadt hat knapp drei Millionen Einwohner und zehn Millionen Besucher im Jahr. Man kann sich kaum vorstellen, wie groß so ein Heuschreckenschwarm wirklich ist. Er ist einfach gigantisch. Eine Welle von Insekten nach der anderen schwappt dann über die Stadt. Und es nimmt kein Ende. Eine dunkle Wolke aus Lebewesen hüllt die Stadt völlig ein. Für die Insekten sind Roms große Parkanlagen und die vielen grünen Bäume ein wahres Paradies. Über eine Milliarde Heuschrecken haben die lange Reise überlebt und strömen in die Straßen der ewigen Stadt. Dort kann man den Himmel vor lauter Heuschrecken kaum noch sehen. Selbst in den kleinsten Gassen suchen sie nach Nahrung. Auch über historische Bauten wie zum Beispiel das Kolosseum werden sie herfallen. Auf den Ringen des antiken Amphitheaters wimmelt es von krabbelnden Wesen. Wenn sie Roms Grünflächen kahl gefressen haben, ziehen die Heuschrecken weiter Richtung Norden und fressen sich durch Italien durch. Als nächstes nehmen sie die französischen Weinberge ins Visier. Der Schwarm kann sechs Monate überleben. Genug Zeit, um bis nach Paris vorzudringen. Der Eiffelturm ist umhüllt von der vernichtenden Plage. Heuschrecken brauchen nur wenig Flüssigkeit. Die globale Wasserknappheit kann ihnen nichts anhaben. Die Wüstenheuschrecke ist eindeutig besser für den Klimawandel gewappnet als die Menschheit. Schon geringste Klimaveränderungen könnten bewirken, dass große Teile unserer Nahrung den hungrigen Tieren zum Opfer fallen. Je heißer und trockener es auf der Erde wird, desto vielfältiger werden die Gefahren. Neben Schädlingen sind auch Buschfeuer eine wachsende Bedrohung für große Landstriche. Die Megabrände vernichten dann ganze Wälder und Landschaften. Südostaustralien im Jahr 2009. 173 Menschen sterben im Bundesstaat Victoria, nachdem dort 400 Waldbrände außer Kontrolle geraten sind. Die Feuersbrunst vernichtet Dörfer und Städte, verwüstet mehr als 4300 Quadratkilometer Land. Sie ist die Folge einer zehnjährigen Trockenperiode. Das Desaster könnte sich bald in anderen Teilen der Welt wiederholen. Je weniger Regen fällt, desto trockener wird die Natur. Beste Bedingungen für Flächenbrände, die immer öfter aufflammen werden. An der Westküste der USA leben rund 50 Millionen Menschen. Alleine in Kalifornien hat es in den letzten fünf Jahren nur noch halb so viel geregnet wie früher. Viele schreiben die Dürreperiode dem Klimawandel zu. Seitdem entzünden sich Buschbrände häufiger und brennen länger, mit schlimmen Folgen für die Bewohner. Hat ein Waldstück erst Feuer gefangen, facht ein lokales Naturphänomen die Flammen noch weiter an. Die Santa Ana-Winde entstehen im Westen der Rocky Mountains und heizen sich auf dem Weg Richtung Pazifiküste über der Wüste auf. Dabei fegen sie über Los Angeles hinweg, wo immerhin vier Millionen Menschen leben. Scott Franklin arbeitete 36 Jahre beim Los Angeles County Fire Department. Ich kam 1955 zur Feuerwehr. Während meiner Dienstzeit hatten wir nie so große Brände wie jetzt. Der kalifornische Lebensstil und die lang anhaltende Dürre bilden eine explosive Mischung. Es ist überall das Gleiche. Ein Wohngebiet gleicht dem anderen. Diese Grünanlagen, die wir überall sehen, sind sehr, sehr leicht entflammbar. Die Stärke und Dauer der Waldbrände im Westen der USA hat in den vergangenen zehn Jahren nachweislich zugenommen. Um Städte und Wälder zu schützen, greifen die Feuerwehrleute zu verzweifelten Maßnahmen. Sie bekämpfen Feuer mit Feuer. Guten Morgen, danke, dass Sie gekommen sind. Tom Garcia überwacht ein kontrolliertes Feuer im Lesson Volcanic Nationalpark in Nordkalifornien. Dieses gezielt gelegte Feuer soll leicht entflammbares Material am Waldboden verbrennen und so einen unkontrollierten Flächenbrand verhindern. Wir arbeiten uns nach Norden vor. Die Chaos Cracks Wanderpfade sind unsere Kontrolllinie. Von einem Helikopter aus werden Verzögerungszünder im Zielgebiet abgeworfen. Sobald die ersten Flammen lodern, übernimmt die Bodenmannschaft die Regie. Wir legen das Feuer oben auf den Hügel und leiten es dann nach unten. So minimieren wir den Grad der Zerstörung. Innerhalb von nur zwei Stunden wächst das Feuer zu einem stattlichen Waldbrand mit Temperaturen von über 1000 Grad Celsius. In bewohnten Gebieten, besonders wenn sie an Wälder angrenzen, sind kontrollierte Feuer keine Option. Hier können sich entzündliche Blätter und Geäst ungehindert ansammeln. Angesichts der derzeitigen Trockenperiode ist ein katastrophaler Waldbrand sehr wahrscheinlich. Wenn sich die Bäume und Sträucher auf einem der umliegenden Hügel entzünden, kann das Feuer sehr schnell auf Wohngebiete übergreifen. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis in Los Angeles ein Feuerinferno losbricht. Oktober 2025. Nach Jahren der Dürre ist der Boden von Los Angeles wie ausgedörrt. Um 10.30 Uhr zeigt das Thermometer bereits 38 Grad bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit. Ein Blitzschlag setzt die Santa Monica Berge westlich der Stadt in Flammen. Rasend schnell greift das Feuer um sich. Kurz nach Mittag lenken die heißen Santa Ana Winde die Flammen in Richtung Küste. Wenn der Wind mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde weht, können einzelne Funken bis zu 4 oder 5 Kilometer weit getragen werden. Eine Viertelmillion Menschen aus Brandwood, Pacific Palisades, Bel Air, Hollywood und Beverly Hills suchen Schutz in Notunterkünften. 80 Prozent ihrer Häuser haben durch den Funkenflug Feuer gefangen. Rauchschwaden verdunkeln den Himmel über Venice Beach. Die riesigen Flächenbrände erzeugen sogar eigene Wetterphänomene. Allen voran der Albtraum jedes Feuerwehrmannes. Der Feuertornado. Dieser tödliche Wirbel entsteht, wenn sich heiße, rotierende Luft in die Höhe schraubt und dabei die Flammen des Waldbrandes mit sich nach oben reißt. Er nähert sich selbst und wird stärker und stärker. So wirbelt er quer durch das Land. Die 120 Meter hohe Feuersäule rollt mit 50 Kilometern pro Stunde auf Los Angeles zu. Örtliche Feuerwehrleute können nur hilflos zusehen, wie er Kurs auf einen Highway nimmt und den Verkehr ins Chaos stürzt. Der legendäre Schriftzug Hollywood, seit 1923 das Wahrzeichen der Filmmetropole, steht meterhoch in Flammen. Es ist die größte Katastrophe in der Geschichte der Stadt. Tausende Menschen sterben. Der Sachschaden geht in die Milliarden. Aber auch an anderen Orten wächst die Gefahr, dass Megafeuer Land und Leute bedrohen. Südostasien, Australien und der Süden Afrikas leiden unter ähnlich harschen Klimabedingungen wie Kalifornien. Mit den gleichen tödlichen Folgen. Der weltweite Wassermangel könnte noch ganz andere Katastrophen auslösen. Dass Länder einander angreifen, um drohenden Wassermangel abzuwenden, ist inzwischen durchaus wahrscheinlich. Seit Jahrtausenden siedelt sich der Mensch mit Vorliebe an den fruchtbaren Ufern großer Flüsse an. Mittlerweile steuert er sogar ihren Verlauf. Stauseen dienen als Vorratskammern für Trinkwasser und liefern gleichzeitig Strom. Sinkt der Wasserpegel, steigt das Konfliktpotenzial. Flüsse kümmern sich nicht um Landesgrenzen. Politisch gesehen ist das ein Problem, denn die Nationen, die am Oberlauf der Flüsse liegen, haben traditionell mehr Macht als die am Unterlauf. Das ist so beim Indus, bei Euphrat und Tigris und natürlich auch beim Nil. Die Anrainerstaaten streiten darum, wer den Flüssen wie viel Wasser abzapfen darf. Entsprechende Verträge aufzusetzen, erfordert großes diplomatisches Geschick. In der Vergangenheit haben die meisten Länder lieber Kompromisse geschlossen, wenn es um Wasserrechte ging. Aber ich fürchte, das könnte sich in Zukunft ändern. Die Gletscher des Himalaya versorgen ein Drittel der Weltbevölkerung mit Süßwasser. Hier entspringen einige der größten Flüsse der Welt. Der Ganges, Indus, Mekong und der Yangtze-Kyang. Wissenschaftler warnen, dass die Gletscher des Hochgebirges durch den Klimawandel langsam abschmelzen. Fallen im Zuge der globalen Erwärmung auch die jährlichen Monsunregen aus, dürften die Pegel der Flüsse bedenklich sinken. Einer der größten politischen Zankäpfel ist der Fluss Indus. Der Indus ist die Lebensader Pakistans. Ohne ihn und seine Nebenflüsse wäre das Land im Grunde eine einzige Wüste. Doch Pakistan hat keine Kontrolle darüber, was stromaufwärts mit dem Wasser geschieht. Das große Problem ist, dass alle Oberläufe des Indus und seiner Nebenflüsse in Indien liegen. Und Indien ist Pakistan nicht gerade freundlich gesinnt. Experten auf der ganzen Welt fürchten, dass die sogenannten Oberliga-Staaten das Wasser der großen Flüsse rückstauen werden. Auf Kosten der Staaten stromabwärts. In Indien laufen schon jetzt die Arbeiten für neue Dämme auf Hochtouren. Da ist Streit programmiert. Wir schreiben das Jahr 2025. Die Gletscher des Himalaya sind empfindlich geschrumpft. Seit drei Jahren bleibt der wichtige Monsunregen aus. Verzweifelte Bauern verlassen das Land, weil ihre Ernte vertrocknet ist. Wenn die Wasserpegel der Flüsse sinken und die Ackerböden brachliegen, sind die Menschen gezwungen, umzuziehen. Indiens Regierung beginnt mit dem Bau einer neuen Talsperre. Eine Katastrophe für das flussabwärtsgelegene Pakistan. In der verzweifelten Situation stellt Indien sein Wohl über das des Nachbarstaats. Alle Bemühungen, einen Kompromiss zu finden, scheitern. Der Bau des Staudamts treibt beide Nationen in einen schrecklichen Krieg. 1, 2, sek Avenger bisher appointments zum Beispiel. 1, 3, vier, 2, 5, 10 an. 1, 2, ich bin verb Turm van Neck. Der Damm wird zerstört, noch bevor er in Betrieb geht. Ein Krieg um Wasser. Überall dort, wo sich Nationen einen Fluss teilen, könnte dieser Albtraum bald Wirklichkeit werden. Zum Beispiel am Nil, der durch elf afrikanische Länder fließt, bevor er Ägypten erreicht. Am Euphrat, der die Türkei, Syrien und den Irak mit Wasser versorgt. Und am Jordan, der Wasserader Israels, Palästinas und Jordaniens. Ist ein Streit erst entbrannt, sind die Wogen nur schwer zu glätten. Diplomatie ist gefragt, mehr denn je. Während Teile der Erde im Zuge des Klimawandels ausdörren, leiden andere unter sinnflutartigen Regenfällen. Den Menschen dort steht das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Meeresspiegel bis 2070 weltweit um etwa einen halben Meter steigt. Rund 150 Millionen Menschen, besonders die Bewohner küstennahe Gebiete, werden dann katastrophale Überschwemmungen erleben. Bedroht sind unter anderem Shanghai, Dakar, Calcutta, Amsterdam, London, New Orleans und New York City. Schon heute werden viele Küsten- und flussnahe Städte regelmäßig von verheerenden Flutkatastrophen heingesucht. So zum Beispiel auch die Hauptstadt der Vereinigten Staaten, Washington, D.C. Das Abwassersystem von Washington, D.C. ist alt und marode. Starke Regenfälle in der Region können ihm sehr zusetzen. Außerdem ist das Stadtgebiet sehr flach, vor allem hier am Washington Monument. Tritt das Wasser über die Ufer des Potomac River, kann es durch die Straße hinter mir ungehindert in die Innenstadt fließen. Washington, D.C. liegt nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Wenn er ansteigt, hat die Stadt ein Problem. Denn ihre Wasserschutzanlagen sind im wahrsten Sinne des Wortes vorsintflutlich. Hurricane Katrina hat gezeigt, was passiert, wenn eine Stadt nicht ausreichend gegen die Fluten gewappnet ist. Katrina war ein Weckruf für all diejenigen, die wussten, dass New Orleans gefährdet war, aber nichts unternommen haben. Hier in Washington stehen wir vor demselben Problem. Wir haben nur einen niedrigen Damm, aber das Potenzial für extrem schwere Stürme. Wir müssen endlich an die Probleme von morgen denken. Im Juni 2006 bekam Washington, D.C. schon einen Vorgeschmack auf die Zukunft, als eine massive Regenfront Teile der Hauptstadt unter Wasser setzte. Das Wasser hat die gesamte Innenstadt überflutet und drei Tage lang den gesamten Verkehr langgelegt. So etwas darf in der Hauptstadt der USA nicht passieren. Einige der wichtigsten Gebäude, Denkmäler und Museen des Landes liegen in den flutgefährdeten Gebieten. Im Moment ist D.C. nur geschützt durch niedrige Erddämme und kleine Erhöhungen. Nach der verheerenden Flut von 1936 entschied der Kongress, einen Damm entlang der Constitution Avenue bauen zu lassen. Er sollte das Wasser des Potomac Rivers daran hindern, in die Innenstadt zu fließen. Dort, wo Straßen verlaufen, wurden Lücken gelassen. Tritt der Potomac über die Ufer, werden sie mit Sandsäcken verschlossen. Die Sandsäcke sollen bald durch Tore ersetzt werden. Werden sie die Wassermassen aufhalten? Washington wurde bereits von Hurricanes der Stufe 3 überrollt. Schon bald könnten die Schutzwelle der Hauptstadt von noch viel heftigeren Wirbelstürmen auf die Probe gestellt werden, die mit 150 Stundenkilometern durch die Straßen fegen. Washington, D.C. im Jahr 2025. Die ganze Nacht lang ergießt sich sinnflutartiger Regen über die Metropole. Ein Sturm der Kategorie 4 kündigt sich an. Um 6 Uhr morgens ist der Potomac bereits bedenklich angeschwollen. In zwei Tagen fiel so viel Regen wie sonst in drei Monaten. Die Hurricane-Winde türmen das Wasser des Atlantischen Ozeans zu haushohen Wellen auf. Um 15 Uhr erreicht der Sturm die Küste. Fünf Meter hohe Flutwellen verwandeln den Potomac in eine Wildwasserbahn und setzen die Stadt unter Wasser. Wenn der Potomac über die Dämme tritt, strömt das Wasser die Constitution Avenue entlang und erreicht schließlich das Kapitol und einige Gebäude des Smithsonian an der Nordseite der National Mall. Die Wellen umspülen das Washington-Monument. An einem Tag fällt so viel Regen wie sonst in drei Monaten. Am nächsten Morgen zeigt sich das Ausmaß der Katastrophe. Einige der wertvollsten Schätze des Landes wurden zerstört. Der Sachschaden geht in die Milliarden. Das Leben in der US-amerikanischen Hauptstadt ist zum Stillstand gekommen. Jeder weiß von der Bedrohung. Aber niemand scheint etwas dagegen unternehmen zu wollen. Washington ist kein Einzelfall. Überall auf der Welt gibt es Städte und ganze Länder, die auf Höhe des Meeresspiegels liegen oder sogar darunter. Den Menschen, die dort leben, bleiben nur zwei Möglichkeiten. Sie müssen höhere Dämme bauen oder die Flucht ergreifen. Brände, Fluten, Trockenperioden und Heuschreckenplagen. Die Zukunft sieht düster aus. Können wir die Katastrophen abwenden? Jeder Einzelne sollte seinen Teil dazu beitragen, den Klimawandel zu stoppen. Auch arbeiten Forschungseinrichtungen weltweit an Lösungen. Der Staat Texas erlebt schon heute die schlimmste Dürreperiode seit 50 Jahren. In nur einem Jahr verzeichneten die Farmer Verluste in der Land- und Viehwirtschaft von rund 3,6 Milliarden Dollar. Farmer Tomi Schirrer will der Regenflaute ein Ende setzen. Süd Texas lebt von der Landwirtschaft. Sei es nun Ackerbau oder Viehhaltung. Die Dürre beeinträchtigt unser Leben enorm. Um das Problem zu lösen, greift der Rinderzüchter zu einer modernen Technologie. Er lässt Wolken künstlich abregnen, indem er sie mit Silberjodid impft. Meteorologe Todd Flanagan leitet die Operation vom Boden aus. Sie werden hier starten und dann ins Zielgebiet fliegen, wo die großen Wolken sind. An den Tragflächen des Flugzeugs sind Behälter mit Silberjodid befestigt. Nimm von deiner Position aus Kurs auf 3,05. Ich überquere den südlichen Highway. Die Front bewegt sich mit 110 Stundenkilometer. Okay Craig, ich zähle runter und dann wirst du ab. Die Wolken werden gleichmäßig mit dem Silberjodid besprüht. Das Wasser der Wolken lagert sich an den Salzpartikeln an. So entstehen feine Eiskristalle, die dann als Regen auf die Erde fallen. Okay, du kannst zurückkommen. Noch bevor das Flugzeug landet, beginnt es zu regnen. Mit dieser Methode erhöhen wir den Niederschlag um 10 bis 12 Prozent pro Jahr. Dabei kosten uns eine Million Liter Regenwasser gerade mal 8 Dollar. Das ist sehr günstig. Das Problem? Ohne Wolken kein Regen. Das Meer ist in einigen Teilen der Welt eine zuverlässigere Quelle, um Süßwasser zu gewinnen. Hier an der Pazifikküste nahe San Diego wird derzeit die größte Wasserentsalzungsanlage der USA gebaut. Sie soll ab 2016 pro Tag 230 Millionen Liter Trinkwasser aus dem Ozean gewinnen. Genug für 300.000 Bürger. Wir produzieren dann so viel Wasser, dass wir innerhalb einer Minute ein Schwimmbecken füllen können. Das Meerwasser wird durch Membrane geleitet, die die Salzpartikel herausfiltern. Wenn wir fertig sind, haben wir nach dem Filterungsprozess eine halbe Tasse sehr salziges Meerwasser. Sozusagen das Nebenprodukt. Und wir haben eine halbe Tasse hochwertiges Trinkwasser. Der Nachteil, das Verfahren ist extrem kostspielig und erfordert die Nähe zum Meer. Afrika bekommt vielleicht eine Atempause im Kampf um Trinkwasser. Hunderte Meter unter der Oberfläche des Schwarzen Kontinents liegt nämlich ein Schatz vergraben. Der Nubische Aquifer, ein unterirdischer See, enthält genug Wasser, um den Kontinent 100 Jahre mit Wasser zu versorgen. In der westlichen Welt wird eine noch einfachere Lösung ins Auge gefasst. Wasser sparen. Afrikaner südlich der Sahara verbrauchen pro Tag gerade mal 20 Liter Wasser. So viel fließt in Deutschland schon bei zwei Toilettenspülungen durch die Leitungen. Wenn wir unser Wasser effizienter nutzen, können wir zukünftigen Engpässen besser vorbeugen. Gebiete wie der Westen der USA, denen lange und ernste Dürreperioden bevorstehen, müssen unbedingt anfangen, Wasser zu sparen. Die Art, wie die bestehenden Ressourcen gemanagt und genutzt werden, muss sich grundlegend ändern. Noch ist es nicht so weit. Brände, Überflutungen, Plagen und Dürreperioden sind allesamt schreckliche Zukunftsvisionen, die wir verhindern sollten, indem wir jetzt handeln. Süßwasser ist der Lebenssaft unseres Planeten. Gehen wir weiterhin so verschwenderisch damit um, setzen wir nicht nur die Zukunft unserer Erde aufs Spiel, sondern auch die unserer Kinder. Seit Jahrtausenden siedelt sich der Mensch mit Vorliebe an den fruchtbaren Ufern großer Flüsse an. Mittlerweile steuert er sogar ihren Verlauf. Stauseen dienen als Vorratskammern für Trinkwasser und liefern gleichzeitig Strom. Sinkt der Wasserpegel, steigt das Konfliktpotenzial. Flüsse kümmern sich nicht um Landesgrenzen. Politisch gesehen ist das ein Problem, denn die Nationen, die am Oberlauf der Flüsse liegen, haben traditionell mehr Macht als die am Unterlauf. Das ist so beim Indus, bei Euphrat und Tigris und natürlich auch beim Nil. Die Anrainerstaaten streiten darum, wer den Flüssen wie viel Wasser abzapfen darf. Entsprechende Verträge aufzusetzen, erfordert großes diplomatisches Geschick. In der Vergangenheit haben die meisten Länder lieber Kompromisse geschlossen, wenn es um Wasserrechte ging. Aber ich fürchte, das könnte sich in Zukunft ändern. Die Gletscher des Himalaya versorgen ein Drittel der Weltbevölkerung mit Süßwasser. Hier entspringen einige der größten Flüsse der Welt. Der Ganges, Indus, Mekong und der Yangtze-Kyang. Wissenschaftler warnen, dass die Gletscher des Hochgebirges durch den Klimawandel langsam abschmelzen. Fallen im Zuge der globalen Erwärmung auch die jährlichen Monsunregen aus, dürften die Pegel der Flüsse bedenklich sinken. Einer der größten politischen Zankäpfel ist der Fluss Indus. Der Indus ist die Lebensader Pakistans. Ohne ihn und seine Nebenflüsse wäre das Land im Grunde eine einzige Wüste. Doch Pakistan hat keine Kontrolle darüber, was stromaufwärts mit dem Wasser geschieht. Das große Problem ist, dass alle Oberläufe des Indus und seiner Nebenflüsse in Indien liegen. Und Indien ist Pakistan nicht gerade freundlich gesinnt. Experten auf der ganzen Welt fürchten, dass die sogenannten Oberliga-Staaten das Wasser der großen Flüsse rückstauen werden, auf Kosten der Staaten stromabwärts. In Indien laufen schon jetzt die Arbeiten für neue Dämme auf Hochtouren. Da ist Streit programmiert. Wir schreiben das Jahr 2025. Die Gletscher des Himalaya sind empfindlich geschrumpft. Seit drei Jahren bleibt der wichtige Monsunregen aus. Verzweifelte Bauern verlassen das Land, weil ihre Ernte vertrocknet ist. Wenn die Wasserpegel der Flüsse sinken und die Ackerböden brachliegen, sind die Menschen gezwungen, umzuziehen. Indiens Regierung beginnt mit dem Bau einer neuen Talsperre. Eine Katastrophe für das flussabwärtsgelegene Pakistan. In der verzweifelten Situation stellt Indien sein Wohl über das des Nachbarstaats. Alle Bemühungen, einen Kompromiss zu finden, scheitern. Der Bau des Staudamts treibt beide Nationen in einen schrecklichen Krieg. Der Bau des Staudamts treibt die König der Flüsse, die in der Landwirtschaft unterscheiden. Der Bau des Staudamts treibt die König der Flüsse, die in der Landwirtschaft untertitelt. Der Bau des Staudamts treibt alle Säden. Der Bau des Staudamts treibt beide Nationen in einen Schrecklichen Krieg. Der Damm wird zerstört, noch bevor er in Betrieb geht. Ein Krieg um Wasser. Überall dort, wo sich Nationen einen Fluss teilen, könnte dieser Albtraum bald Wirklichkeit werden. Zum Beispiel am Nil, der durch elf afrikanische Länder fließt, bevor er Ägypten erreicht. Am Euphrat, der die Türkei, Syrien und den Irak mit Wasser versorgt. Und am Jordan, der Wasserader Israels, Palästinas und Jordaniens. Ist ein Streit erst entbrannt, sind die Wogen nur schwer zu glätten. Diplomatie ist gefragt, mehr denn je. Während Teile der Erde im Zuge des Klimawandels ausdörren, leiden andere unter sintflutartigen Regenfällen. Den Menschen dort steht das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Meeresspiegel bis 2070 weltweit um etwa einen halben Meter steigt. Rund 150 Millionen Menschen, besonders die Bewohner küstennahe Gebiete, werden dann katastrophale Überschwemmungen erleben. Bedroht sind unter anderem Shanghai, Dakar, Calcutta, Amsterdam, London, New Orleans und New York City. Schon heute werden viele Küsten- und flussnahe Städte regelmäßig von verheerenden Flutkatastrophen heingesucht. So zum Beispiel auch die Hauptstadt der Vereinigten Staaten, Washington, D.C. Das Abwassersystem von Washington, D.C. ist alt und marode. Starke Regenfälle in der Region können ihm sehr zusätzlich noch weiter an. Die Santa Ana-Winde entstehen im Westen der Rocky Mountains und heizen sich auf dem Weg Richtung Pazifik-Küste über der Wüste auf. Dabei fegen sie über Los Angeles hinweg, wo immerhin vier Millionen Menschen leben. Scott Franklin arbeitete 36 Jahre beim Los Angeles County Fire Department. Ich kam 1955 zur Feuerwehr. Während meiner Dienstzeit hatten wir nie so große Brände wie jetzt. Der kalifornische Lebensstil und die langanhaltende Dürre bilden eine explosive Mischung. Es ist überall das Gleiche. Ein Wohngebiet gleicht dem anderen. Diese Grünanlagen, die wir überall sehen, sind sehr, sehr leicht entflammbar. Die Stärke und Dauer der Waldbrände im Westen der USA hat in den vergangenen zehn Jahren nachweislich zugenommen. Um Städte und Wälder zu schützen, greifen die Feuerwehrleute zu verzweifelten Maßnahmen. Sie bekämpfen Feuer mit Feuer. Guten Morgen, danke, dass Sie gekommen sind. Tom Garcia überwacht ein kontrolliertes Feuer im Lesson Volcanic Nationalpark in Nordkalifornien. Dieses gezielt gelegte Feuer soll leicht entflammbares Material am Waldboden verbrennen und so einen unkontrollierten Flächenbrand verhindern. Wir arbeiten uns nach Norden vor. Die Chaos Cracks Wanderpfade sind unsere Kontrolllinie. Von einem Helikopter aus werden Verzögerungszünder im Zielgebiet abgeworfen. Sobald die ersten Flammen lodern, übernimmt die Bodenmannschaft die Regie. Wir legen das Feuer oben auf den Hügel und leiten es dann nach unten. So minimieren wir den Grad der Zerstörung. Innerhalb von nur zwei Stunden wächst das Feuer zu einem stattlichen Waldbrand mit Temperaturen von über 1000 Grad Celsius. In bewohnten Gebieten, besonders wenn sie an Wälder angrenzen, sind kontrollierte Feuer keine Option. Hier können sich entzündliche Blätter und Geäst ungehindert ansammeln. Angesichts der derzeitigen Trockenperiode ist ein katastrophaler Waldbrand sehr wahrscheinlich. Wenn sich die Bäume und Sträucher auf einem der umliegenden Hügel entzünden, kann das Feuer sehr schnell auf Wohngebiete übergreifen. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis in Los Angeles ein Feuerinferno losbricht. Oktober 2025. Nach Jahren der Dürre ist der Boden von Los Angeles wie ausgedörrt. Um 10.30 Uhr zeigt das Thermometer bereits 38 Grad bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit. Ein Blitzschlag setzt die Santa Monica Berge westlich der Stadt in Flammen. Rasend schnell greift das Feuer um sich. Kurz nach Mittag lenken die heißen Center-Amerwinde die Flammen in Richtung Küste. Wenn der Wind mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde weht, können einzelne Funken bis zu vier oder fünf Kilometer weit getragen werden. Eine Viertelmillion Menschen aus Brandwood, Pacific Palisades, Bel-Air, Hollywood und Beverly Hills suchen Schutz in Notunterkünften. 80 Prozent ihrer Häuser haben durch den Funkenflug Feuer gefangen. Rauchschwaden verdunkeln den Himmel über Venice Beach. Die riesigen Flächenbrände erzeugen sogar eigene Wetterphänomene. Allen voran der Albtraum jedes Feuerwehrmannes. Der Feuertornado. Dieser tödliche Wirbel entsteht, wenn sich heiße, rotierende Luft in die Höhe schraubt und dabei die Flammen des Waldbrandes mit sich nach oben reißt. Er nährt sich selbst und wird stärker und stärker. So wirbelt er quer durch das Land. Die 120 Meter hohe Feuersäule rollt mit 50 Kilometern pro Stunde auf Los Angeles zu. Örtliche Feuerwehrleute können nur hilflos zusehen, wie er Kurs auf einen Highway nimmt und den Verkehr ins Chaos stürzt. Der legendäre Schriftzug Hollywood, seit 1923 das Wahrzeichen der Filmmetropole, steht meterhoch in Flammen. Es ist die größte Katastrophe in der Geschichte der Stadt. Tausende Menschen sterben. Der Sachschaden geht in die Milliarden. Aber auch an anderen Orten wächst die Gefahr, dass Megafeuer Land und Leute bedrohen. Südostasien, Australien und der Süden Afrikas leiden unter ähnlich harschen Klimabedingungen wie Kalifornien. Mit den gleichen tödlichen Folgen. Der weltweite Wassermangel könnte noch ganz andere Katastrophen auslösen. Dass Länder einander angreifen, um drohenden Wassermangel abzuwenden, ist inzwischen durchaus wahrscheinlich. Könnte das passieren? Hollywoods Hügel in Flammen? Oder ein zwölf Meter hoher Feuertornado, der durch Downtown LA wütet? Oder eine hundert Kilometer breite Staubwalze, die Las Vegas in Dunkelheit hüllt? Wie ist es mit einem Krieg, der um Wasser geführt wird? Oder eine Heuschreckenklage, die über Paris hereinbricht? All diese Horrorszenarien haben einen gemeinsamen Nenner. Wasser. Oder vielmehr der Mangel an Wasser. Auf der Erde wird das Süßwasser knapp. Die globale Erwärmung und steigende Bevölkerungszahlen fordern ihren Tribut. Was passiert, wenn uns das Süßwasser eines Tages ausgeht? Könnte es 2025 schon so weit sein? Süßwasser ist ein wertvolles Gut und zerfließt uns in den Händen. Als Folge des Klimawandels verändert sich das Wetter. Besonders in trockenen Gegenden regnet es immer weniger. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung. Wissenschaftler schätzen, dass der Bedarf an Trinkwasser bis 2030 um 40% steigen wird. Aber bis dahin gibt es nicht mehr, sondern weniger Wasser. Dabei bedeckt Wasser zwei Drittel unseres Planeten. Aber nur 2,5% davon sind Süßwasser. Und dieses ist zur Hälfte in Gletschern und Polkappen gebunden. Unerreichbar für unseren Gebrauch. Der Rest fließt durch unsere Flüsse. Flüsse sind die Arterien der Erde und die Grundlage der menschlichen Zivilisation. Jahrtausende führten sie genug Wasser, um den Durst der Erdbevölkerung zu stehlen. Doch die Zeiten ändern sich. Eine globale Süßwasserknappheit könnte verheerende Folgen haben. Die 45 Millionen Einwohner des Südwestens der USA haben einen Vorgeschmack darauf bekommen. Ihre Region leidet seit 2003 unter einer anhaltenden Dürreperiode. Es ist mehr als nur eine Trockenperiode. Es ist eine Warnung. Ein Weckruf. Eine Metropole sollte diesen Weckruf besonders dringend hören. Las Vegas in der Wüste Nevadas. Hier leben zwei Millionen Menschen. Dazu kommen 40 Millionen Touristen im Jahr. Um alle mit Wasser zu versorgen, werden täglich etwa 11 Millionen Hektoliter Wasser aus dem nahegelegenen Lake Mead in die städtischen Leitungen gepumpt. Der Stausee entstand, als der Hoover-Damm quer über den Colorado River gebaut wurde. Doch weil in den Rocky Mountains weniger Schnee fällt, trocknet der Fluss langsam aus. Als Folge davon hat Lake Mead schon ein Drittel seines Volumens eingebüßt. Weiße Magnesium-Ablagerungen zeigen, wie hoch das Wasser hier früher stand. Wenn das so weitergeht, ist die Hoover-Talsperre schon ab 2017 kein Garant mehr für die Trinkwasserversorgung von Städten wie Las Vegas, Tucson und San Diego. Oder für die Stromversorgung von Los Angeles. Wenn nichts unternommen wird, könnte der Lake Mead schon ab 2021 ein leerer Krater sein. Wir US-Amerikaner gehen mit Wasser sehr verschwenderisch um. Das muss sich ändern. Patricia Mulroy ist Süd-Nevadas Wasserzarin. Unsere Gegend unterliegt dem strengsten Wassersparprogramm in den Vereinigten Staaten. Wir haben 120 Millionen Dollar ausgegeben, um Rasenflächen zu entfernen, die ansonsten bebessert werden müssten. In Gärten, öffentlichen Anlagen und sogar auf Golfplätzen wächst fast kein Gras mehr. Das Ironische daran ist, dass wir vor 20 Jahren aus Wüstenlandschaften Wiesen gemacht haben. Jetzt machen wir es genau andersherum. Die Dürre bringt eine weitere Katastrophe mit sich. Gewaltige Staubstürme. US-Amerikaner kennen und fürchten sie. In den 30er Jahren ruinierten eine jahrelange Dürreperiode und Unwissen in der Landwirtschaft 400.000 Quadratkilometer Ackerland. Die Folge verheerende Staubstürme. Amerikas Great Plains wurden damals umgetauft in Dust Bowl, zu Deutsch die Staubschüssel. Auch große Gebiete im Nahen Osten, in China, Australien und Afrika leiden unter solchen gigantischen Stürmen. Ohne Vorwarnung stürzen sie Land und Leute ins Verderben. Professor Greg Okin hat die Schäden eingehend untersucht. Die Auswirkungen von Staub- und Sandstürmen wurden im Südwesten der USA lange ignoriert. Ich glaube, dass sie immer verheerender werden. Nicht nur für die Land- und Viehwirtschaft, sondern auch für die Infrastruktur und den Verkehr. Staubstürme verursachen viele schlimme Verkehrsunfälle. Die Techniken der Landwirtschaft haben sich verbessert. Aber durch das Bevölkerungswachstum bewohnen und beackern wir auch Flächen, die früher unberührt waren. An dieser Stelle sehen wir die für diese Gegend typische Erdoberfläche. Sie ist von einer Lehmkruste bedeckt und dadurch sehr widerstandsfähig gegenüber Staubstürmen. Aber möglicherweise sehr viel heißer und trockener werden. Das käme den Wüstenheuschrecken sehr gelegen, denn sie könnten einen neuen Lebensraum ansteuern. Die Vereinten Nationen versuchen, beginnende Plagen im Keim zu ersticken. Haben Experten-Teams einen neuen Heuschreckenschwarm aufgespürt, wird das Gebiet umgehend mit Pestiziden besprüht. Andernfalls würde sich der Schwarm so schnell ausbreiten, wie ein Waldbrand, der außer Kontrolle geraten ist. Heuschreckenplagen treten etwa alle 10 bis 20 Jahre auf. Die nächste steht uns wahrscheinlich im Jahr 2025 bevor. Nordafrika im Jahr 2025. Es ist heiß wie in einem Backofen. Als ein kurzer Regenschauer niedergeht, nutzen Heuschreckenweibchen die Gunst der Stunde und legen ihre Eier in der aufgeweichten Erde ab. Innerhalb eines Monats bevölkern Millionen Insekten das Gebiet. Als das Futter knapp wird, beginnen die hungrigen Tiere, sich zu verändern. Wenige Wochen später erhebt sich ein Schwarm aus zwei Milliarden Heuschrecken in die Luft und fällt als Plage über Afrika her. Wenn sich so ein Schwarm morgens auf ein Getreidefeld stürzt, ist mittags schon nichts mehr davon übrig. Innerhalb von nur zwei Wochen sind sämtliche Felder in Marokko und Algerien zerstört. Die Wüstenheuschrecke hat einen hervorragenden Überlebensmechanismus entwickelt. Die Migration. Der Wind spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit Rückenwind aus Süden fliegt die riesige Insektenwolke, die ungefähr dreimal so groß ist wie Manhattan, über das Mittelmeer. Innerhalb von vier Stunden erreicht sie die italienische Küste. 500 Kilometer weiter nördlich liegt Rom. Die italienische Hauptstadt hat knapp drei Millionen Einwohner und zehn Millionen Besucher im Jahr. Man kann sich kaum vorstellen, wie groß so ein Heuschreckenschwarm wirklich ist. Er ist einfach gigantisch. Eine Welle von Insekten nach der anderen schwappt dann über die Stadt. Und es nimmt kein Ende. Eine dunkle Wolke aus Lebewesen hüllt die Stadt völlig ein. Für die Insekten sind Roms große Parkanlagen und die vielen grünen Bäume ein wahres Paradies. Über eine Milliarde Heuschrecken haben die lange Reise überlebt und strömen in die Straßen der ewigen Stadt. Dort kann man den Himmel vor lauter Heuschrecken kaum noch sehen. Selbst in den kleinsten Gassen suchen sie nach Nahrung. Auch über historische Bauten wie zum Beispiel das Kolosseum werden sie herfallen. Auf den Ringen des antiken Amphitheaters wimmelt es von krabbelnden Wesen. Wenn sie Roms Grünflächen kahl gefressen haben, ziehen die Heuschrecken weiter Richtung Norden und fressen sich durch Italien durch. Als nächstes nähen sie die französischen Weinberge ins Visier. Der Schwarm kann sechs Monate überleben. Genug Zeit, um bis nach Paris vorzudringen. Der Eiffelturm ist umhüllt von der vernichtenden Plage. Heuschrecken brauchen nur wenig Flüssigkeit. Die globale Wasserknappheit kann ihnen nichts anhaben. Die Wüstenheuschrecke ist eindeutig besser für den Klimawandel gewappnet als die Menschheit. Schon geringste Klimaveränderungen könnten bewirken, dass große Teile unserer Nahrung den hungrigen Tieren zum Opfer fallen. Je heißer und trockener es auf der Erde wird, desto vielfältiger werden die Gefahren. Neben Schädlingen sind auch Buschfeuer eine wachsende Bedrohung für große Landstriche. Die Megabrände vernichten dann ganze Wälder und Landschaften. Südost-Australien im Jahr 2009. 173 Menschen sterben im Bundesstaat Victoria, nachdem dort 400 Waldbrände außer Kontrolle geraten sind. Die Feuersbrunst vernichtet Dörfer und Städte, verwüstet mehr als 4300 Quadratkilometer Land. Sie ist die Folge einer zehnjährigen Trockenperiode. Das Desaster könnte sich bald in anderen Teilen der Welt wiederholen. Je weniger Regen fällt, desto trockener wird die Natur. Beste Bedingungen für Flächenbrände, die immer öfter aufflammen werden. An der Westküste der USA leben rund 50 Millionen Menschen. Alleine in Kalifornien hat es in den letzten fünf Jahren nur noch halb so viel geregnet wie früher. Viele schreiben die Dürreperiode dem Klimawandel zu. Seitdem entzünden sich Buschbrände häufiger und brennen länger, mit schlimmen Folgen für die Bewohner. Hat ein Waldstück erst Feuer gefangen, facht ein lokales Naturphänomen die Flammen. Hier drüben wurde dagegen die lehmige Oberfläche abgetragen. Darum ist der Boden viel staubiger und damit ein echtes Problem für die Gegend. Auf dieser Seite wird jahrelang kein Staub aufwirbeln, während hier schon ein leichter Wind ausreicht, um einen ziemlich großen Staubsturm auszulösen. Wissenschaftler befürchten, dass die Weichen für eine neue Dust Bowl längst gestellt sind. Las Vegas könnte bald an gewaltigen Sandstürmen ersticken. Wir schreiben das Jahr 2025. Der Südwesten der USA leidet unter einer nicht enden wollenden Dürreperiode. Der schlimmsten seit tausend Jahren. Der Wasserstand in Flüssen und Seen ist bedenklich geschrumpft. Einige sind bereits ausgetrocknet. Um zwei Uhr mittags zeigt das Thermometer unglaubliche 52 Grad. Gewitterfronten ziehen vom Nordpazifik über Nevada auf. Rasant aufsteigende Strömungen saugen tonnenweise Staub in die Luft. Innerhalb von zwei Stunden steuert eine vernichtende Mauer aus Staub, ein sogenannter Habub, auf Las Vegas zu. Habubs sind im Grunde riesige rollende Wände aus schwarzer Luft. Wer den Film Die Mumie gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Gegen fünf Uhr nachmittags erreicht der Sturm Las Vegas. Die Staubwand ist knapp einen Kilometer hoch und 100 Kilometer breit. Die Menschen in der Stadt suchen Panisch Schutz. Der Flughafen stellt den Betrieb ein. Der Staub nimmt Piloten die Sicht und verstopft die Triebwerke. Im gesamten Südwesten der USA kommt der Flugverkehr zum Erliegen. Radio- und Fernsehsender geben Warnungen heraus. Autofahrer sollen so schnell wie möglich anhalten. Bei starken Gewittern entstehen Fallwinde, die über 110 Kilometer pro Stunde schnell sind. Da gibt es wirklich kein Entkommen. Der Wind schleift die Farbe von den Schildern und blockiert die Sicht. Zwei Stunden lang hat der Sandsturm Las Vegas im Würgegriff. Als sich die Staubwolken endlich verziehen, liegt Amerikas Vergnügungsstadt unter einer meterdicken Sanddecke. Las Vegas überlebt den Sturm. Aber die Aufräumarbeiten werden lange dauern. Ich glaube, die kommenden Generationen werden enttäuscht darüber sein, wie wir ihnen den Planeten übergeben. Und darüber, dass kaum noch was zu retten sein wird. Wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten, verwandeln sich bis zum Jahr 2100 große Teile von Südostasien, Südostamerika, Südeuropa, Afrika, Westaustralien und den südwestlichen USA in richtig gehende Wüsten. Die Gebiete verlieren Agrarflächen und Millionen von Menschen ihr Zuhause. Womöglich müssen sich die Bewohner Europas bis dahin gegen eine weitere, ebenso verheerende Katastrophe wappnen. Mit den steigenden Temperaturen entstehen perfekte Bedingungen für Milliarden von Schädlingen. Plagen biblischen Ausmaßes brechen über Europa herein. Wasserknappheit verursacht Dürreperioden, Staubstürme und Flächenbrände, die unseren Planeten heimsuchen. Der Klimawandel schafft dagegen gute Bedingungen für Wüstenheuschrecken. Sie gedeihen prächtig bei Hitze und Trockenheit. Jedes Tier frisst an einem Tag so viel, wie es wiegt. Die Hinterlassenschaften der destruktiven Insekten sind kahl gefressene Landschaften und häufig auch Hungersnöte. In der Universitätsstadt Cambridge widmet man sich der Erforschung der Wüstenheuschrecke. Heuschrecken leben normalerweise als Einzelgänger. Sie hassen den Kontakt zu ihren Artgenossen. Aber wenn die Nahrung knapp wird, schließen sie sich als Schwarm zusammen. Dann ist der Hunger stärker als die Abneigung. Wenn es in Zukunft durch Dürreperioden weniger Nahrung gibt, könnten sich die hungrigen Heuschrecken gezwungen sehen, öfter einen Schwarm zu bilden. Wenn Heuschrecken dicht gedrängt sind, reiben ihre Hinterbeine aneinander. Dadurch wird in ihrem Gehirn das Hormon Serotonin freigesetzt. Der Botenstoff macht die scheuen Einzelgänger zu aggressiven Schwarmtieren. Eine erstaunliche Verwandlung. Sie ändern sich vollkommen und gewöhnen sich an das Leben im Schwarm. Sie können nun viel weitere Strecken zurücklegen als ihre alleinlebenden Artgenossen. Ihre Farbe verändert sich auch. Das Grün verwandelt sich in kanalliges Gelb und Orange. Um rechtzeitig auf die drohende Plage reagieren zu können, haben die Vereinten Nationen in Rom ein Frühwarnsystem für drohende Plagen eingerichtet. Die Wüstenheuschrecke ist wohl das gefährlichste Schadinsekt der Welt. Die großen Mengen an Nahrung, die ein Heuschreckenschwarm verschlingt, können eine Familie, ein Dorf, ein Land oder sogar einen ganzen Kontinent in den Ruin stürzen. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die bedrohlichen Heuschreckenschwärme aus Afrika nach Europa vordringen. Im Zuge des Klimawandels wird es bis 2025 in Südeuropa. Könnte das passieren? Hollywood-Hügel in Flammen? Oder ein zwölf Meter hoher Feuertornado, der durch Downtown LA wütet? Oder eine 100 Kilometer breite Staubwalze, die Las Vegas in Dunkelheit hüllt? Wie ist es mit einem Krieg, der um Wasser geführt wird? Oder eine Heuschreckenklage, die über Paris hereinbricht? All diese Horrorszenarien haben einen gemeinsamen Nenner. Wasser. Oder vielmehr der Mangel an Wasser. Auf der Erde wird das Süßwasser knapp. Die globale Erwärmung und steigende Bevölkerungszahlen fordern ihren Tribut. Was passiert, wenn uns das Süßwasser eines Tages ausgeht? Könnte es 2025 schon so weit sein? Süßwasser ist ein wertvolles Gut und zerfließt uns in den Händen. Als Folge des Klimawandels verändert sich das Wetter. Besonders in trockenen Gegenden regnet es immer weniger. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung. Wissenschaftler schätzen, dass der Bedarf an Trinkwasser bis 2030 um 40 Prozent steigen wird. Aber bis dahin gibt es nicht mehr, sondern weniger Wasser. Dabei bedeckt Wasser zwei Drittel unseres Planeten. Aber nur 2,5 Prozent davon sind Süßwasser. Und dieses ist zur Hälfte in Gletschern und Polkappen gebunden. Unerreichbar für unseren Gebrauch. Der Rest fließt durch unsere Flüsse. Flüsse sind die Arterien der Erde und die Grundlage der menschlichen Zivilisation. Jahrtausende führten sich genug Wasser, um den Durst der Erdbevölkerung zu stehlen. Doch die Zeiten ändern sich. Eine globale Süßwasserknappheit könnte verheerende Folgen haben. Die 45 Millionen Einwohner des Südwestens der USA haben einen Vorgeschmack darauf bekommen. Ihre Region leidet seit 2003 unter einer anhaltenden Dürreperiode. Es ist mehr als nur eine Trockenperiode. Es ist eine Warnung. Ein Weckruf. Eine Metropole sollte diesen Weckruf besonders dringend hören. Las Vegas in der Wüste Nevadas. Hier leben zwei Millionen Menschen. Dazu kommen 40 Millionen Touristen im Jahr. Um alle mit Wasser zu versorgen, werden täglich etwa 11 Millionen Hektoliter Wasser aus dem nahegelegenen Lake Meek... ...legen als ihre alleinlebenden Artgenossen. Ihre Farbe verändert sich auch. Das Grün verwandelt sich in kanalliges Gelb und Orange. Um rechtzeitig auf die drohende Plage reagieren zu können, haben die Vereinten Nationen in Rom ein Frühwarnsystem für drohende Plagen eingerichtet. Die Wüstenheuschrecke ist wohl das gefährlichste Schadinsekt der Welt. Die großen Mengen an Nahrung, die ein Heuschreckenschwarm verschlingt, können eine Familie, ein Dorf, ein Land oder sogar einen ganzen Kontinent in den Ruin stürzen. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die bedrohlichen Heuschreckenschwärme aus Afrika nach Europa vordringen. Im Zuge des Klimawandels wird es bis 2025 in Südeuropa möglicherweise sehr viel heißer und trockener werden. Das käme den Wüstenheuschrecken sehr gelegen, denn sie könnten einen neuen Lebensraum ansteuern. Die Vereinten Nationen versuchen, beginnende Plagen im Keim zu ersticken. Haben Experten-Teams einen neuen Heuschreckenschwarm aufgespürt, wird das Gebiet umgehend mit Pestiziden besprüht. Andernfalls würde sich der Schwarm so schnell ausbreiten, wie ein Waldbrand, der außer Kontrolle geraten ist. Heuschreckenplagen treten etwa alle 10 bis 20 Jahre auf. Die nächste steht uns wahrscheinlich im Jahr 2025 bevor. Nordafrika im Jahr 2025. Es ist heiß wie in einem Backofen. Als ein kurzer Regenschauer niedergeht, nutzen Heuschreckenweibchen die Gunst der Stunde und legen ihre Eier in der aufgeweichten Erde ab. Innerhalb eines Monats bevölkern Millionen Insekten das Gebiet. Als das Futter knapp wird, beginnen die hungrigen Tiere, sich zu verändern. Wenige Wochen später erhebt sich ein Schwarm aus zwei Milliarden Heuschrecken in die Luft und fällt als Plage über Afrika her. Wenn sich so ein Schwarm morgens auf ein Getreidefeld stürzt, ist mittags schon nichts mehr davon übrig. Innerhalb von nur zwei Wochen sind sämtliche Felder in Marokko und Algerien zerstört. Die Wüstenheuschrecke hat einen hervorragenden Überlebensmechanismus entwickelt. Die Migration. Der Wind spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit Rückenwind aus Süden fliegt die riesige Insektenwolke, die ungefähr dreimal so groß ist wie Manhattan, über das Mittelmeer. Die Techniken der Landwirtschaft haben sich verbessert. Aber durch das Bevölkerungswachstum bewohnen und beackern wir auch Flächen, die früher unberührt waren. An dieser Stelle sehen wir die für diese Gegend typische Erdoberfläche. Sie ist von einer Lehmkruste bedeckt und dadurch sehr widerstandsfähig gegenüber Staubstürmen. Hier drüben wurde dagegen die lehmige Oberfläche abgetragen. Darum ist der Boden viel staubiger und damit ein echtes Problem für die Gegend. Auf dieser Seite wird jahrelang kein Staub aufwirbeln, während hier schon ein leichter Wind ausreicht, um einen ziemlich großen Staubsturm auszulösen. Wissenschaftler befürchten, dass die Weichen für eine neue Dust Bowl längst gestellt sind. Las Vegas könnte bald an gewaltigen Sandstürmen ersticken. Wir schreiben das Jahr 2025. Der Südwesten der USA leidet unter einer nicht enden wollenden Dürreperiode. Der schlimmsten seit tausend Jahren. Der Wasserstand in Flüssen und Seen ist bedenklich geschrumpft. Einige sind bereits ausgetrocknet. Um zwei Uhr mittags zeigt das Thermometer unglaubliche 52 Grad. Gewitterfronten ziehen vom Nordpazifik über Nevada auf. Rasant aufsteigende Strömungen saugen tonnenweise Staub in die Luft. Innerhalb von zwei Stunden steuert eine vernichtende Mauer aus Staub, ein sogenannter Habub, auf Las Vegas zu. Habubs sind im Grunde riesige rollende Wände aus schwarzer Luft. Wer den Film Die Mumie gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Gegen fünf Uhr nachmittags erreicht der Sturm Las Vegas. Die Staubwand ist knapp einen Kilometer hoch und 100 Kilometer breit. Die Menschen in der Stadt suchen panisch Schutz. Der Flughafen stellt den Betrieb ein. Der Staub nimmt Piloten die Sicht und verstopft die Triebwerke. Im gesamten Südwesten der USA kommt der Flugverkehr zum Erliegen. Radio und Fernsehsender geben Warnungen heraus. Autofahrer sollen so schnell wie möglich anhalten. Bei starken Gewittern entstehen Fallwinde, die über 110 Kilometer pro Stunde schnell sind. Da gibt es wirklich keinen Kommen. Der Wind schleift die Farbe von den Schildern und blockiert die Sicht. Zwei Stunden lang hat der Sandstuhl in die städtischen Leitungen gepumpt. Der Stausee entstand, als der Hoover-Damm quer über den Colorado River gebaut wurde. Doch weil in den Rocky Mountains weniger Schnee fällt, trocknet der Fluss langsam aus. Als Folge davon hat Lake Mead schon ein Drittel seines Volumens eingebüßt. Weiße Magnesium-Ablagerungen zeigen, wie hoch das Wasser hier früher stand. Wenn das so weitergeht, ist die Hoover-Talsperre schon ab 2017 kein Garant mehr für die Trinkwasserversorgung von Städten wie Las Vegas, Tucson und San Diego. Oder für die Stromversorgung von Los Angeles. Wenn nichts unternommen wird, könnte der Lake Mead schon ab 2021 ein leerer Krater sein. Wir US-Amerikaner gehen mit Wasser sehr verschwenderisch um. Das muss sich ändern. Patricia Mulroy ist Süd-Nevadas Wasserzarin. Unsere Gegend unterliegt dem strengsten Wassersparprogramm in den Vereinigten Staaten. Wir haben 120 Millionen Dollar ausgegeben, um Rasenflächen zu entfernen, die ansonsten bebessert werden müssten. In Gärten, öffentlichen Anlagen und sogar auf Golfplätzen wächst fast kein Gras mehr. Das Ironische daran ist, dass wir vor 20 Jahren aus Wüstenlandschaften Wiesen gemacht haben. Jetzt machen wir es genau andersherum. Die Dürre bringt eine weitere Katastrophe. Die Dürre mit sich. Gewaltige Staubstürme. US-Amerikaner kennen und fürchten sie. In den 30er Jahren ruinierten eine jahrelange Dürreperiode und Unwissen in der Landwirtschaft 400.000 Quadratkilometer Ackerland. Die Folge verheerende Staubstürme. Amerikas Great Plains wurden damals umgetauft in Dust Bowl, zu Deutsch die Staubschüssel. Auch große Gebiete im Nahen Osten, in China, Australien und Afrika leiden unter solchen gigantischen Stürmen. Ohne Vorwarnung stürzen sie Land und Leute ins Verderben. Professor Greg Oken hat die Schäden eingehend untersucht. Die Auswirkungen von Staub- und Sandstürmen wurden im Südwesten der USA lange ignoriert. Ich glaube, dass sie immer verheerender werden. Nicht nur für die Land- und Viehwirtschaft, sondern auch für die Infrastruktur und den Verkehr. Staubstürme verursachen viele schlimme Verkehrsunfälle. Als sich die Staubwolken endlich verziehen, liegt Amerikas Vergnügungsstadt unter einer meterdicken Sanddecke. Las Vegas überlebt den Sturm, aber die Aufräumarbeiten werden lange dauern. Ich glaube, die kommenden Generationen werden enttäuscht darüber sein, wie wir ihnen den Planeten übergeben. Und darüber, dass kaum noch was zu retten sein wird. Wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten, verwandeln sich bis zum Jahr 2100 große Teile von Südostasien, Südostamerika, Südeuropa, Afrika, Westaustralien und den südwestlichen USA in richtig gehende Wüsten. Die Gebiete verlieren Agrarflächen und Millionen von Menschen ihr Zuhause. Womöglich müssen sich die Bewohner Europas bis dahin gegen eine weitere, ebenso verheerende Katastrophe wappnen. Mit den steigenden Temperaturen entstehen perfekte Bedingungen für Milliarden von Schädlingen. Plagen biblischen Ausmaßes brechen über Europa herein. Wasserknappheit verursacht Dürreperioden, Staubstürme und Flächenbrände, die unseren Planeten heimsuchen. Der Klimawandel schafft dagegen gute Bedingungen für Wüstenheuschrecken. Sie gedeihen prächtig bei Hitze und Trockenheit. Jedes Tier frisst an einem Tag so viel, wie es wiegt. Die Hinterlassenschaften der destruktiven Insekten sind kahl gefressene Landschaften und häufig auch Hungersnöte. In der Universitätsstadt Cambridge widmet man sich der Erforschung der Wüstenheuschrecke. Heuschrecken leben normalerweise als Einzelgänger. Sie hassen den Kontakt zu ihren Artgenossen. Aber wenn die Nahrung knapp wird, schließen sie sich als Schwarm zusammen. Dann ist der Hunger stärker als die Abneigung. Wenn es in Zukunft durch Dürreperioden weniger Nahrung gibt, könnten sich die hungrigen Heuschrecken gezwungen sehen, öfter einen Schwarm zu bilden. Wenn Heuschrecken dicht gedrängt sind, reiben ihre Hinterbeine aneinander. Dadurch wird in ihrem Gehirn das Hormon Serotonin freigesetzt. Der Botenstoff macht die scheuen Einzelgänger zu aggressiven Schwarm-Tieren. Eine erstaunliche Verwandlung. Sie ändern sich vollkommen und gewöhnen sich an das Leben im Schwarm. Sie können nun viel weitere Strecken zurückgehen. Das ist nicht der Anfang.